Wir Piraten haben gerade im Plenum einer Resolution der anderen vier Fraktionen zum Thema Anschläge in Paris nicht zugestimmt und stattdessen eine eigene Resolution eingebracht. Ich möchte kurz begründen, warum das so ist. Erstens fordert die Resolution der anderen Fraktionen relativ eindeutig einen völkerrechtswidrigen Einsatz in Syrien. Das geht nach unserem dafürhalten auf gar keinen Fall. Zweitens fordert die Resolution der anderen Fraktionen die Ausweitung der Überwachungsbefugnisse. Wir müssen stattdessen mit mehr Freiheit und mehr Bürgerrechten antworten. Drittens, wir glauben als Piraten, dass die Ausweitung der Chancen von Jugendlichen und die Ausweitung der Integrationsbemühungen viel wichtiger sind und das haben wir in unserer Resolution zum Ausdruck gebracht. Daher haben wir mit einer eigenen Resolution geantwortet, die auf Frieden setzt, auf Freiheit, auf Toleranz und all das, was wir uns in dieser Demokratie erarbeitet haben, denn das müssen wir erhalten.